das rätsel ist gelüftet und damit ganz herzlich willkommen bei mr barry gaming zu einem video zu dem neuen dlc das herauskommen wird das datum ist heute bekannt gegeben worden es soll erscheinen am 28 juni für alle plattformen und es ist das kubota pack vor einer woche wurde ein rätselhafter teaser herausgebracht und zwar mit einer binären zahl und auch mit einer buchstaben folge und es wurde ziemlich schnell klar dass es wahrscheinlich das kubota pack sein müsste oder sein wird und das hat sich also jetzt bestätigt kubota wird das neue dlc sein bei kubota handelt sich sich um einen japanischen motoren und maschinenhersteller der sich vor allem einen namen gemacht hat für kleines equipment durch kleines equipment für die motoren produktion und wie wir auch wissen haben wir ja auch im carl pack kubota motoren verbaut also im originalen sind in den traktoren kubota motoren verbaut gegründet wurde das unternehmen im jahre 1890 als eisengießerei der gründer war konoshiro kubota im jahre 1922 brauchte das unternehmen seine ersten kerosin betriebenen motor auf den markt bis mitte der 1940er jahre wurde die produktionspalette um landwirtschaftliche maschinen und geräte erweitert später folgten weiteren nutz und mehrzweck fahrzeuge sowie maschinen noch heute stammen einige motoren komponenten aus der eigenen gießerei im dezember 2011 wurde kubota mit rund 32 prozent einer der größten aktionäre des norwegischen landmaschinenherstellers kverneland kverneland ist er schon als marke vertreten im landwirtschaftssimulator ein jahr später hat sich dann kubota mit einem weiteren aktienpaket die mehrheit geholt von kverneland wo dadurch ist kverneland jetzt im prinzip unter der herrschaft von kubota natürlich wird bis zum releasing auch immer wieder fact sheets veröffentlicht zu diesen einzelnen geräten die kommen sollen und zwar wurde angekündigt dass elf geräte darunter mit großer wahrscheinlichkeit fünf traktoren und andere landmaschinen in dem paket daher kommen sollen wobei der größte der m8 sein wird einfach kleingeräte wie zum beispiel kleinere radlader kompaktlader und auch ein suv wird in dem paket beinhaltet sein wir haben hier erst mal drei verschiedene einblicke bekommen und zwar zum beispiel von dem radlader er 640 der hier zu sehen ist des weiteren haben wir ein bild bekommen von dem kompaktlader und zwar dem ssv 75 und natürlich noch das aushängeschild das ist der m8 201 der hier gezeigt wird als suv wird uns der sidekick also der rtv x g 850 sidekick angepriesen und zwar ist das so ähnlich wie der retriever ein kleiner suv und zusätzlich zu diesem paket wird es auch möglich sein platz auf dem beifahrersitz einzunehmen und zwar wenn das richtig zu verstehen ist könnt ihr auf den passagiersitzen platz nehmen und zwar in sogenannten suvs autos und lastwagen es scheint nicht so dass das in traktoren der fall sein wird aber das wird wahrscheinlich dann noch geklärt werden im verlauf dieser zeit um das feature passagiersitze nutzen zu können muss das paket von kubota installiert sein ansonsten wird dieses feature nicht zur verfügung stehen es ist aber auch klar dass es nicht nur um die kubota geräte und maschinen geht sondern es gilt dann für alle fahrzeuge außer den traktoren das paket ist natürlich part von dem ein jahr seasons pass also wenn du den one year seasons pass hast musst du dich nicht weiter darum kümmern dann wird am 28 juni automatisch das paket bei dir installiert ja das sind auf jeden fall die ersten einblicke die ersten neuigkeiten zu dem neuen kubota pack das wie gesagt am 28 juni kommen soll gut dann war es dies schon mal zu diesen neuigkeiten die gerade eingetroffen sind ich hoffe dir hat das video gefallen falls ja dann lass doch gerne deinen daumen da was du keine weiteren inhalte auf diesem kanal verpassen möchtest dann hol dir dein abo ab ich sage bis später ganz ganz herzlichen dank danke tschüss und hasta luego